Hallöchen und herzlich Willkommen zum 4. Oktober, wuuuh, ich musste gerade auf meinen Kalender gucken. Ja, wir haben Mittwoch und ihr wisst, was Mittwoch bedeutet. Mittwoch bedeutet, wir schauen uns ein Spiel zusammen an. Aber heute sind wir nicht aufgedreht, denn wir schauen uns etwas ganz ruhiges an, auch für die Älteren unter euch. Vielleicht geeignet, vielleicht sogar gerade für die geeignet, denn es geht um einen Nostalgie-Simulator. Soll heißen. Wir schauen uns heute Trax The Train Set Game an und dabei geht es darum, im Prinzip eine Brio-Eisenbahn zu bauen. Wer jetzt Brio-Eisenbahn nicht kennt, das sind so Holzstücke und das ist immer so ein Pinöppel und ein so eine Ausbuchtung. Die passen immer direkt ineinander und dann kann man die halt miteinander verbinden, tolle Sachen machen, hoch, runter, Kurve, Kreuzung. Ausscheren, Bahnhof, hast du nicht gesehen. Also ist alles möglich, auch in diesem Game. Und genau, wir haben ein sehr, sehr emotionales Spiel. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen das Bibi in den Augen, weil mein Opa immer mit mir mit dieser Holzeilenbahn, wir hatten natürlich die normalen Sets, die man im Laden kaufen konnte, aber das habe ich ja auch schon einigen erzählt. Mein Opa war auch sehr handwerklich begabt und der hat halt auch eigene Sachen gebaut. Also ich habe tatsächlich zum Beispiel eine Zugbrücke für dieses Brio-Set und deswegen bin ich so ein bisschen emotional bei diesem Game geworden. Finde ich aber auch gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Im Moment gibt es einen Story-Mode und einen Creative-Mode, also Free-Play sozusagen. Wir haben jetzt hier einfach mal, oder ich habe den Story-Mode ein paar Missionen gemacht. Das sind zwei Normal-Passagier-Missionen gewesen und einmal eine Business-Passagier-Mission. Und ja, also es macht unglaublich viel Spaß. Natürlich, man hat extrem viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen, aber auf der anderen Seite fährt man halt auch First Person als Zugführer in diesem Zug mit und holt halt die kleinen Holzmännchen ab letztendlich. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Im Moment gibt es diese Mission mit und ohne Zeitlimit. Wie gesagt, ohne Zeitlimit sind die normalen Passagiere, mit Zeitlimit sind die Business-Passagiere. Und ich habe aber schon auf deren Seite gelesen, beziehungsweise das war in einem Early-Build schon mal drin, das ist aber glaube ich im Moment disabled, es soll Cargo-Missionen geben. Das heißt, nicht nur Passagierfahrten hin und her, sondern auch von Produktionsstätten zu Abnehmer. Also Frachtfahrten letztendlich. So, von mir daher eine klare Kaufempfehlung. Wir sind hier im Moment bei 99... Oh, Moment, ich sehe gerade. Im Moment ist im Steam ein Sale, das ist wohl hier 10% gerade runtergesetzt für ungefähr einen Tag noch. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, im Moment ist es für 8,99 zu erhalten, ansonsten für 9,99. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr findet auch Gefallen an diesem Klasse-Nostalgie-Simulator. Nennen sie es auch selber hier. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt. Habt ihr schon mal mit so einer Eisenbahn gespielt? Beziehungsweise, was für Erinnerungen verbindet ihr damit? Und außerdem, wer das letzte Video, also das von gestern noch nicht gesehen hat, wo ich ein günstiges Festtagsessen zubereite, das ist natürlich auch verlinkt. Und in dem Video ist dann nochmal der Anfang verlinkt. Also praktisch dieser Anfangssong, den ich zusammengeschnitten habe. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach mal rein. Würde mich mega freuen. Teilt das Video, liked das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, haut rein! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.